Na, wir haben noch zwei Minuten und es steht schon seit ein paar Sekunden da. Sag jetzt mal was. Ja, und los. Hat der ja gut geklappt. Also ich kann halt... Das ist mal safe. Die behindert. Ja, es geht... Es geht einfach nicht. Der sieht wirklich behindert aus. Stell dich mal auf deinen Bein. Du meinst recht jetzt? Hier, Kalle. Aber da ist es so hässlich. Also ich glaube, bei mir ist mein Bein nicht eingeschlafen. Es hat nur weh getan. Ja, du hast dich nochmal umgesetzt. Oh, jetzt fängt es an mit Kribbeln. Aster übrigens. Längstes Furz-Video seit langem. Langsam kommt er wieder. Ich bin behindert. Ich bin behindert. Ich bin behindert. Ich bin behindert. Also ich bewege hier gerade alle meine Zehen. Jetzt fängt es an mit Kribbeln. Jetzt fängt es richtig an mit Kribbeln. Wo ist denn einer? Wo ist denn einer? Du musst hier machen. Ich stampf mal auf. Es kribbelt! Alter, wie hart das Kribbeln. Los, lass nochmal stampfen. Na gut. Mein Fuß auf den Weg. Ich kipp mir jetzt richtig an den Weg vor. Ich kipp mir jetzt richtig an den Weg vor. Alter, jetzt geht der. Spring mal nur mit dem Fuß ab, der ja eckig ist. Also der war gerade richtig gut. Zwei Deppen, Alter. Gleichzeitig synchron hochgesprungen. Oh, ist das eckig.